Duell der Zweiten. Eine Vorschau auf die TV-Debatte der US-Vizepräsidentschaftskandidaten und warum Pence und Harris dieses Mal so wichtig sind. Im Studio ist Professor Ursula Brutsch vom Amerika-Institut der Uni München. Masken-Debatte. Heftiger Schlagabtausch heute bei einer Sondersitzung des Nationalrates um den Mund-Nasen-Schutz im Hohen Haus. Eigentliches Thema war Asyl. Und Sex mit 92. Ein Filmporträt zum Geburtstag über Dr. Ruth Westheimer, die berühmteste und vermutlich älteste Sexualtherapeutin der Welt. US-Präsident Donald Trump sitzt schon wieder im Oval Office, heißt es vor kurzem aus dem Weißen Haus. Sein Leibarzt hat verlauten lassen, dass er seit 24 Stunden keine Covid-Symptome mehr hat. Dass es ihm tatsächlich besser zu gehen scheint, zeigt einmal mehr auch sein Twitter-Verhalten. Da wirft er den Demokraten heute aus heiterem Himmel vor, sie hätten einen Putschversuch gegen ihn vorgehabt. Fernab von Washington und Twitter in Salt Lake City im Bundesstaat Utah trifft in wenigen Stunden sein Vize Mike Pence in einem TV-Duell auf die Nummer zwei der Demokraten bei der kommenden Wahl. Kamala Harris, Christoph Kohl mit einer Vorschau. Plexiglas und Abstand. Das Corona-Cluster des Weißen Hauses prägt auch das TV-Duell der Vizekandidaten in Salt Lake City. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, wurden Trennscheiben aufgestellt. Das Team von Vizepräsident Mike Pence hat sich dagegen gewehrt und Konkurrentin Kamala Harris für diese Forderung verhöhnt. Die Corona-Krise dürfte das TV-Duell auch inhaltlich dominieren. Eines ist sicher, die heutige Debatte der Vizekandidaten stößt auf mehr Interesse denn je. Angesichts des hohen Alters der beiden Präsidentschaftskandidaten ist das heutige Duell ihrer beiden sogenannten Running Mates besonders brisant. Denn Mike Pence und Kamala Harris müssen beweisen, dass sie im Ernstfall auch das Zeug zum Präsidenten, zur Präsidentin haben. Sowohl Vizepräsident Mike Pence als auch Senatorin Kamala Harris sind schlagfertige Redner. Es dürfte also eine inhaltlich harte Konfrontation werden, die im Umgang aber zivilisierter verlaufen sollte, als jene zwischen Donald Trump und Joe Biden. Shut up, man. Joe Biden on fire da beim letzten Mal. Das dürfte heute wirklich etwas zivilisierter werden, aber nicht weniger hart. Professor Ursula Brutsch ist bei uns vom Amerika-Institut der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Herzlichen Dank für spätekommen. Gerne. Vielen Dank. Frau Professor Brutsch, inhaltlich sind sich auch Kamala Harris und der aktuelle Vizepräsident Mike Pence so uneins, so weit, wie, kann man glaube ich sagen, der Mars von der Erde entfernt ist. Was ist da heute zu erwarten? Also sicher ein harter Schlagabtausch. Mike Pence ist ein loyaler Trump-Anhänger, selbstverständlich, war als Gouverneur von Indiana zum Beispiel verantwortlich für eines der strengsten Gesetze, was Abtreibung betrifft. Er ist ein Anführer der christlichen, konservativen Parteigruppe und Kamala Harris ist das Gegenteil. Also sie ist jetzt nicht eine Vertreterin der sozialistischen Demokraten und Bernie Sanders, sie gilt aber als Progressive und sie wird sicher Mike Pence herausfordern. Also es sind nicht nur weit auseinander, sie vertreten gegenteilige Positionen zum Teil. Auf jeden Fall, genau. Hat es irgendeine Bedeutung, dass dieses TV-Duell da heute aus Salt Lake City kommt, ausgerechnet aus dem Mormonen-Staat Utah? Wir wissen, die Mormonen sind recht konservativ, sind republikanisch eingestellt, aber eher nicht so für Trump. Ja, so ist es. Also ich denke mir schon, dass viele Wähler Trump wählen werden, aber es gibt ja bekannte mormonische Politiker, der bekannteste Name ist Mitt Romney, der Präsidentschaftskandidat war. Und der war ja der einzige Republikaner, der sich öffentlich zum Beispiel ausgesprochen hat für ein Amtsenthebungsverfahren letztes Jahr bei Donald Trump. Und das ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, wie sehr Trump die Republikaner hinter sich vereinen konnte. Und da spielt es sicher eine Rolle, dass das heute in Salt Lake City stattfinden wird, weil natürlich auch Kamala Harris hofft, dass einige Mormonen mehr als sonst zu den Demokraten übergehen. Und es ist natürlich bei solchen TV-Duellen durchaus erwünscht, dass sich die Duellanten nicht einig sind. Da geht es ja nicht darum, auf einen grünen Zweig zu kommen, sondern es geht darum, dass sie ihre eigene Wählerschaft mobilisieren. Unter 50 Prozent war die Wahlbeteiligung beim letzten Mal nicht einmal so sehr, weil die US-Amerikanerinnen und Amerikaner nicht wählen gehen wollen, sondern weil sie sich schwer tun, weil es solche Hürden gibt. Ja, das ist richtig. Es gibt nämlich keine Meldegesetze in den USA im Gegensatz zu uns. Und deswegen müssen sich die Wähler registrieren gehen. Und das ist schon mal ein sehr komplizierter, nicht immer sehr gut organisierter Prozess. Manche stehen da schlange, stundenlang. Jetzt unter Covid-Voraussetzungen ist das besonders schwierig. Und vor allem muss man auch bedenken, dass in den USA die Gerichte geschworenen Gerichte sind und die potenziellen Geschworenen aus den Wählerlisten rekrutiert werden. Und viele Wähler sagen sich, sie wollen das nicht. Sie melden sich gar nicht an. Manche Wähler verpassen die Fristen. Also in jedem Bundesstaat wird das ganz anders geregelt. Manche Wähler dürfen auch nicht wählen. Das sind fünf Millionen Menschen, weil sie mal im Gefängnis waren. Und die USA haben nach China die größte Gruppe der ehemaligen Strafgefangenen. Also das sind lauter Faktoren, die dann wirklich dazu führen, dass eben auch die Wahlbeteiligung gering ist. Und viele Menschen sind ganz einfach auch politikverdrossen. Was glauben Sie, wird die Covid-Erkrankung von Donald Trump, welchen Einfluss wird diese Infektion auf den Ausgang dieser Wahl haben? Anfangs haben ja viele gemeint, oh, das war es jetzt für den Donald Trump, der Corona-Leugner, der jetzt selbst infiziert ist. Mittlerweile stellt sich aber heraus, er nutzt das Ganze wieder sehr geschickt für sich, stellt sich jetzt dar als der, der die Erfahrung schon gemacht hat und weiß, was er tut. Ja, also Donald Trump ist ja ein Rechtspopulist, auch ein Autokrat, würden jetzt viele in den USA sagen, die ihn kritisieren. Er hat ein bestimmtes Männlichkeitsbild, das er vertritt und das gefällt seinen Wählern sicher. Also ich glaube, dass diese Erkrankung und vor allem sein Verhalten den Wahlausgang nicht besonders beeinflussen wird. Denn seine Anhänger werden sagen, er hat das ja wunderbar gemeistert. Außerdem, es gibt ja genug Verschwörungsgerüchte, die werden dann sagen, ja, Covid ist ein Werkzeug des Satan und vielleicht auch der Demokraten. Und Trump hat das wunderbar hingekriegt, das heißt, Gott schützt ihn. Also ich denke nicht, dass es viele Wähler geben wird, die dann sagen, also er ist dermaßen empathielos und rücksichtslos den Mitarbeitern gegenüber. Also wird man jetzt die Demokraten wählen. Ganz kurz noch, weil Sie diese Verschwörungstheorien angesprochen haben. Warum fällt so etwas gerade in den USA auf so derart fruchtbaren Boden? Sie haben ja auch schon ein Buch und einige Artikel über Populismus in den USA geschrieben. Was ist da los? Also ich brauche jetzt wahrscheinlich Stunden, um das erklären zu können. Bitte in aller Kürze. Das versuche ich, weil die USA eine lange populistische Tradition haben, aber eher Linkspopulismus. Aber es haben sich schon nach dem Zweiten Weltkrieg im Kalten Krieg Verschwörungstheorien gebildet, eben die in diese antisemitische Richtung gehen, Weltverschwörung der UNO. Und die sind dann wieder sehr stark geworden, als Barack Obama erster schwarzer Präsident der USA geworden ist. Und da haben dann weiße Modernisierungsverlierer gesagt, wenn ein schwarzer Präsident wird, dann haben sie nichts mehr zu reden. Und das hat dazu geführt, also diese Jahre seit der Finanzkrise, auch 2008, dass sich das politische Spektrum sehr stark auseinanderentwickelt hat. Und da ist der rechte Flügel der Republikaner entstanden, die Tea Party. Und die haben alles getan, um das politische Klima aufzuladen, zwei Welten zu machen, die Bösen gegen die Guten. Und dann kommt natürlich Fox News dazu. Also es gibt dann schon genug Menschen, die eben auch in einem Paralleluniversum sind und die sich auch nicht mit guten Informationen dann umstimmen lassen. Politisches Kalkül und Desinformation, muss man sagen. Genau. Professor Putsch, vielen Dank für diesen Besuch bei uns im Studio und danke für die Informationen. Sehr gerne. Ab 2.55 Uhr in der Früh, morgen wegen der Zeitverschiebung, übertragen wir die Debatte der US-Vizepräsidentschaftskandidaten, übrigens live aus Salt Lake City, im Rahmen einer frühmorgendlichen Zipp-Spezial in ORF 2. Zurück jetzt zur österreichischen Innenpolitik. Da hat heute im Parlament eine Sondersitzung des Nationalrats stattgefunden. Die FPÖ hatte eine dringliche Anfrage gestellt, wegen der ihrer Meinung nach zu hohen Kosten für das Asylwesen im Land. Gerichtet, vermutlich nicht ganz ohne wahlkampftechnischen Hintergedanken, an Finanzminister Blümel, der sich am Sonntag ja in Wien als Spitzenkandidat der ÖVP zur Wahl stellt. Wie zu erwarten ist es eine äußerst emotionale Debatte geworden, egal ob mit oder ohne Mund-Nasen-Schutz. Gleich zu Beginn gehen die Wogen hoch. Die ÖVP-Gesundheitssprecherin appelliert, Maske zu tragen. Die, die es nicht tun, gefährden definitiv ihre und meine Gesundheit. Das wiederum ärgert die Freiheitlichen. Das Parlament wäre für 90.000 Euro in ein Plexiglas-Parlament umgebaut worden. Und auch die Neos stimmen zu. Das Ganze in einer Situation, die definitiv eines nicht braucht, nämlich noch mehr vernunftbefreite Polemik und Polarisierung in diesem Land. Emotional geht es weiter beim eigentlichen Thema der Sondersitzung. Die FPÖ hat sie einberufen, um über das Asylwesen zu diskutieren. Das verschlinge zu viel Geld. Das ist eine falsche Form der Verteilung. Das ist eine Umverteilung vom Inländer zum Ausländer. Und das ist das Letzte, was wir in dieser Republik brauchen können. Der Adressat der dränglichen FPÖ-Anfrage ist so kurz vor der Wienwahl wohl kein Zufall der Finanzminister. Dass sich die Leidenschaft der FPÖ, wenn es um das Thema Migration geht, darin erschöpft, Schaum vom Mund zu bekommen und möglichst alle zu beschimpfen, die im Raum oder nicht im Raum sind, das wissen wir. Unsere Leidenschaft gilt im Lösen von Problemen. Auch die Grünen schießen sich auf die Freiheitlichen ein. Was wir heute hier geboten kriegen, ist ein klassisches FPÖ-Stück, nämlich genau genommen das einzige Stück, das die FPÖ kann, das die FPÖ beherrscht, nämlich fremdenfeindliche Hetze. Die SPÖ spricht von einer menschenfeindlichen Politik der FPÖ. Wenn Sie Menschen nicht wollen, wenn Sie Menschen nicht schätzen, wenn Sie die Wienerinnen und Wiener nicht mögen, ja, wieso treten Sie dort überhaupt zur Wahl an? Das wird sich der Herr Blümel inzwischen auch fragen. Und die Neos wiederum sind kaum mehr Unterschiede zwischen dirkis und blau. In Griechenland ist die rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte heute von einem Gericht zu einer kriminellen Vereinigung erklärt worden. Nach einem Mammutverfahren, das sich über mehr als fünf Jahre gezogen hat, sind 40 Angeklagte schuldig gesprochen worden. Auch die Parteispitze. Ihnen drohen jetzt Haftstrafen bis zu zehn Jahre. Magda Füssers jubelt. Sie ist die Mutter von Pavlos, einem Rapper, vor sieben Jahren erstochen von einem Parteianhänger der Goldenen Morgenröte. Daraufhin wurde nicht nur der Täter, sondern auch die Partei angeklagt. Jubel auch vor dem Gericht, als das Urteil bekannt gegeben wird. Tausende sind gegen Faschismus auf der Straße, gegen eine Partei, die während der Finanzkrise sogar jahrelang im Parlament gesessen ist. Die Demokratie hat gewonnen, sagt sie. Ein Denkzettel für die rechten Banditen. Das Urteil hat Signalwirkung für die ganze Welt, meint er, aber die wirklichen Ursachen sind damit nicht aus der Welt geschafft. Das sind Armut, Frustration und Perspektivlosigkeit für immer mehr Griechen, was sich auch äußert in Zusammenstößen mit der Polizei. Erfreuliche Nachrichten heute aus Stockholm in Schweden. Dort wurde der diesjährige Nobelpreis für Chemie an zwei Forscherinnen vergeben, von denen eine jahrelang in Wien gearbeitet hat. Emmanuel Charpentier. Gemeinsam mit Jennifer Doudna hat sie eine Methode entwickelt, um DNA-Stränge zu zerschneiden und neu zusammenzusetzen. Wissenschaftler sprechen auch von der Genschere, weil mit der Methode das Erbgut von Pflanzen, Menschen und Tieren sehr präzise verändert werden kann. Das hat ganz neue Forschung ermöglicht. Wissenschaftler glauben, dass die Genschere auch neue Therapien in der Medizin ermöglichen wird und eines Tages vielleicht eine Heilung von Krebs. Und ein letztes Mal noch jetzt zurück in die USA. Keine Politik dieses Mal, kein Corona. Es geht um Sex, um einen Meter 40 puren Sex, um genau zu sein. So beschreibt sich Dr. Ruth Westheimer nämlich selbst gerne. Seit den 1980er Jahren beantwortet sie in Radio- und TV-Shows Fragen zum Thema Sexualität und Partnerschaft. Mit 92 ist sie jetzt die Hauptfigur in einer Film-Doku über sich selbst mit dem Titel Fragen Sie Dr. Ruth ein Porträt. Es kommt nicht auf die Größe an. Ein Spruch, der von Ruth Westheimer stammen könnte. Die 1,40 Meter große gebürtige Deutsche ist seit den 1980er Jahren die größte, wenn es in Amerika um das Thema Sex geht. Hallo? Sie hat in Paris und in Amerika studiert. Bekannt wurde sie mit einer Radioshow, in der sie unverblümt Fragen zu Sex und Partnerschaft beantwortete. Bald hatte sie ihre eigene Fernsehsendung, doch es ginge nicht um die Show. Ihr war es ein Herzensanliegen zu helfen. So hat sie sich auch für das Recht auf Abtreibung und die Enttabuisierung von AIDS engagiert. Auch wenn es nicht so populär war. Ruth, ich place dich unter Arrest. So gut wie nie hat die Jüdin über ihre Vergangenheit gesprochen, über die Ermordung ihrer gesamten Familie und ihre Flucht als 10-Jährige aus Frankfurt. Der Film, fragen Sie Dr. Ruth, ist eine sehr berührende und humorvolle Hommage an eine Frau, die in Amerika ein Star ist, die es hierzulande aber noch zu entdecken gilt. Mit 90, still talking about sex, from morning to night. Wir haben jetzt noch die Wetteraussichten. Nach und nach setzt sich morgen die Sonne durch. Wolken und Nebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Im Norden und Osten ist es windig und es wird eine Spur wärmer bei Höchstwerten von 14 bis 18 Grad. Der Freitag wird ebenfalls recht freundlich und mild werden. Am Samstag ziehen aber im Westen allmählich dann schon wieder Regenwolken auf. Regnerisch und deutlich kälter wird dann der Sonntag. Soweit der Stand der Dinge für den Moment von uns. Um 3 Uhr früh melden sich, wie gesagt, die Kolleginnen von der ZIP-Spezial mit dem Duell der US-Vizekandidaten in ORF 2 um 2.55 Uhr, um genau zu sein. Live aus Salt Lake City. Von uns hier war es das für heute. Eine gute Nacht noch für Sie.